Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist ja eigentlich eine wunderbare Ergänzung, die beiden Preisträger, Preisträger-Teams besser gesagt. Wir haben zum einen jetzt erfahren, wie es hier in Deutschland zugeht, wenn man den Mut zur Wahrheit hat und welche Konsequenzen man zu tragen hat, wenn man diesen Mut aufbringt. Und ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, wie viel Pein, wie viel Wut, wie viel Verärgerung, wie viel Einsicht es bedeutet, dass man auf der einen Seite Recht hat, aber auf der anderen Seite trotzdem geschnitten wird und einen hohen Preis bezahlt für seine Unbestechlichkeit. Und diese Erfahrung hat in einem anderen Zusammenhang auch Jan Dünder gemacht. Und bei Herrn Dünder, den ich ein bisschen kennenlernen durfte, ist mir genauso aufgefallen, wie bei unseren beiden anderen Preisträgern heute Abend, dass zunächst einmal ihre Persönlichkeit sehr überzeugend ist, weil Herr Dünder ganz klar vermittelt, und das macht ihn in meinen Augen so sympathisch, dass er bei allem, was ihm widerfahren ist, immer die rechte kritische Distanz bewahrt hat zu seiner eigenen Lebenssituation, mit einer Coolness und Gelassenheit, mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen umgegangen ist, die man nur bewundern kann, denn er ist ja nun wirklich massiv angegangen worden, nicht nur in juristischer Hinsicht, sondern es gab auch einen Mordanschlag auf ihn. Er musste fliehen, er musste seine Heimat hinter sich lassen, seine Familie lebt noch immer dort. Und ob Herr Dünder jemals wieder in die Türkei zurückkehren kann, da darf man sicherlich sehr skeptisch sein, denn in der Türkei gilt Herr Dünder als Staatsfeind Nummer zwei, nach dem Bösen schlechthin der Gülen-Bewegung, die verantwortlich gemacht wird aus türkischer Sicht für den gescheiterten Militärputsch im Sommer des vorigen Jahres. Was war nun sozusagen das Vergehen von Herrn Dünder? Er ist in das Malwerk der Weltpolitik geraten, kann man sagen, und er ist in das Werk geraten, die Maschinerie einer türkischen Justiz und einer türkischen Politik, die vor allem darauf beruht, die doch recht absolutistisch ausgeübte Macht des Präsidenten Erdogan um jeden Preis zu verteidigen. Kritik ist schwierig an seiner Politik und wer bestimmte Dinge ausspricht, der lebt in der Tat sehr, sehr gefährlich. Was war geschehen? Can Dünder, damals Chefredakteur der Zeitung Ciumhuryet, hat 2015 auf der Grundlage von Informationen, die ihm zugespielt worden sind, darauf verwiesen, dass der türkische Geheimdienst, die türkische Armee, letztendlich die türkische Regierung, beteiligt war an umfangreichen Waffenlieferungen aus der Türkei in Richtung von islamistischen Kämpfern nach Syrien. Und diese Information, die ging natürlich ans Eingemachte, denn er hat damit die türkische Regierung in eine schwierige Situation gebracht. Offiziell hat die Türkei keine Waffen an syrische Oppositionelle geliefert. De facto hat sie es sehr wohlgetan. Aber über diese Dinge sich öffentlich auszulassen, das gilt in der Türkei als ein Tabu. Dabei muss man sagen, dass diese türkische Politik nicht eine auf die Türkei begrenzte war. In der Tat hat in dem Moment, wo der Aufstand in Syrien losbrach, 2011 und immer mehr die Züge eines Bürgerkrieges und dann eines Stellvertreterskrieges annahm, auf der einen Seite die westlichen Staaten, die Türkei und die Golfstaaten, die das Regime von Assad stürzen wollten, auf der anderen Seite Russland und der Iran, dieses Regime um jeden Preis an der Macht halten wollte. Dabei ging es natürlich nicht um Demokratie oder Menschenrechte, sondern es ging um Machtpolitik. Es ging um die Frage, wer kontrolliert die Zukunft Syriens. Und man hat im Westen gerne übersehen, dass die meisten, die gegen das Regime von Assad gekämpft haben, Dschihadisten waren und nicht sympathische Liberale von nebenan. Und diese Dschihadisten wurden massiv unterstützt, aus den Golfstaaten, aus westlichen Ländern, vor allem die USA, aus der Türkei mit Waffen, ohne diese Lieferung von Waffen über die Türkei in Richtung dieser syrischen Aufständischen und Rebellen, wäre dieser Aufstand wahrscheinlich sehr schnell zusammengebrochen, hätten diese dschihadistischen Kämpfer nicht den Krieg auf eine massive Art und Weise nach Syrien hineintragen können, dass Bashar al-Assad und sein Regime alles andere als Sympathieträger sind und dass sie ihrerseits mit allergrößter Gewalt jede Form der Kritik und des Protestes an ihrer Politik niederkartetscht haben, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Türkei wollte sich natürlich nicht in dieses heikle Fahrwasser begeben, vorgeführt zu werden von einem Journalisten, der festhielt an seinen Überzeugungen und der eben vor allem den Nachweis führen konnte als erster, dass die türkische Regierung in einem immensen Umfang Waffen geliefert hat an islamistische Dschihadisten. Und damit begann dann eine juristische Auseinandersetzung um die Person von Can Dündar und anderen Mitarbeitern der Zeitung Jumuriyet. Das war Majestätsbeleidigung, das war Hochverrat und Erdogan persönlich hat angeordnet, dass Can Dündar juristisch verfolgt wird für diese seine Enthüllungen, die er hier geleistet hat. Die türkische Presse ist zweigeteilt gewesen. Es gab einen Teil der türkischen Medienlandschaft, die unabhängig war. Und ein anderer Teil ist sehr stark orientiert gewesen auf die Interessen der AKP, der Regierungspartei von Erdogan in der Türkei. Viele Großunternehmer, die reich und mächtig geworden sind, zum Beispiel durch Bauaufträge, haben sie im Knauf der Zeit Zeitungen dazu gekauft und haben dann natürlich sehr positiv über den Präsidenten berichtet und seine Partei. Auf diese Art und Weise bekamen sie dann weitere Aufträge. Aber die Zeitung Jumuriyet war anders aufgestellt. Sie hat also die Regierung kritisiert und sie haben das verfolgt in den Medien. In der Folgezeit wurden dann die allermeisten kritischen Journalisten in der Türkei verhaftet, ihre Zeitungen geschlossen. Und viele mussten also entweder ins innere Exil oder ins äußere Exil gehen oder sie sitzen in der Türkei im Gefängnis, weil sie eben diese Regierung kritisiert haben. Die böse Ironie bei dieser ganzen Geschichte ist, dass Jan Dündar nach Deutschland gegangen ist, hierhin fliehen musste. Ansonsten würde er jetzt in der Türkei wahrscheinlich für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen. Die Weltgeschichte aber ist über diese Causa der Bewaffnung der syrischen Rebellen, Dschihadisten mit Waffen über die Türkei, die Weltgeschichte ist darüber schon wieder hinweggegangen. Denn die Türkei hat sich im Sommer des vorigen Jahres neu orientiert. Sie hat erkannt, die türkische Regierung, dass das Regime von Bashar al-Assad nicht zu stürzen sein würde, aufgrund der russischen und der iranischen Unterstützung, aber aufgrund auch des durchaus noch starken Rückhaltes in der einheimischen Bevölkerung in Syrien für das Regime von Assad. Vor allem die religiösen Minderheiten, auch die Christen hatten große Angst, dass dieses Regime stürzt und dann die Dschihadisten an die Macht kommen, was aus Sicht der religiösen Minderheiten natürlich keine Verbesserung gewesen wäre, sondern ihr Leben gefährdet hätte. Und nachdem die türkische Regierung, Erdogan insbesondere, dieses erkannt hatte, hat die Türkei im Sommer des vorigen Jahres quasi die Seiten gewechselt und hat sich der russischen und der iranischen Unterstützung angeschlossen und verfolgt nicht mehr den Versuch, Assad zu stürzen. Man hat diese Seiten gewechselt, um, naja, zu retten, was noch zu retten ist, denn jetzt versucht die Türkei vom Norden Syrien aus, die kurdischen Bewegungen im Norden Syriens unter Kontrolle zu bringen, die eng mit der PKK liiert sind. Und somit ist im Grunde genommen diese Geschichte der Waffenlieferungen an die Dschihadisten in Syrien aus türkischer Sicht schon wieder Vergangenheit. In diesen Konflikten in der Region wechseln die Allianzen häufig und die Freunde von heute können die Feinde von morgen sein und umgekehrt. Und deswegen gibt es auch keine Möglichkeit, es ist etwas sehr gutgläubig, die Kontrahenten in diesen Konflikten, die wir dort haben, in die Kategorien von Gut und Böse einzuteilen, denn es geht allen Beteiligten vor allem um Macht und Einfluss, um Geopolitik und ganz gewiss nicht um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, auch wenn uns gerne suggeriert wird, dass dieses das Motiv sei für westliches Engagement in der Region. Also aus heutiger Sicht ist es für die türkische Regierung überhaupt nicht mehr relevant, dass man damals die Dschihadisten unterstützt hat. Mittlerweile wird der islamische Staat auch in der Türkei als Gegner angesehen. Nachdem die Türkei ihre Haltung gewechselt hat, gab es auch Terroranschläge von Islamisten in der Türkei. Also eigentlich könnte man auch sagen, aus Sicht der türkischen Regierung, lass doch über den Fall Can Dündar Gras wachsen, das ist doch egal, das ist jetzt Vergangenheit. Aber da unterschätzt man, glaube ich, den Ehrgeiz des türkischen Präsidenten. Für ihn ist es ein Ausdruck ungehörigen Verhaltens, wenn die eigenen Untertanen, seine Landeskinder, sich nicht die Mühe machen, die Leistungen des Landesvaters gebührend zu würdigen. Und deswegen sind natürlich die Journalisten diejenigen, die ganz besonders im Fokus stehen. Und wenn man dann wie Can Dündar die Notwendigkeit zurecht erkennt, sich ins Ausland begeben zu müssen und dann von hier sein Engagement fortzusetzen, dann kann man ihn dafür eigentlich nur bewundern und respektieren für diesen Mut im Exil, für das zu kämpfen, was einem wichtig ist, was einem etwas bedeutet. Das erfordert sehr viel Rückgrat und sehr viel innere Energie, sehr viel seelische Kraft. Und es ist natürlich auch sicherlich bitter, stelle ich mir vor, wenn man an eine bessere Türkei, an eine demokratische Türkei glaubt und dann vom Exil aus in Berlin beobachten muss, wie sich die Dinge in der Türkei entwickeln, nämlich insgesamt nicht zum Besseren. Die Polarisierung der türkischen Öffentlichkeit, der türkischen Politik ist enorm. Das Land ist quasi zwei gespalten. Die eine Hälfte bewundert und verehrt Erdogan geradezu als ihren Erlöser und die andere Hälfte lehnt ihn ab. Und zwischen diesen beiden gesellschaftlichen, politischen Gruppen gibt es kaum einen Dialog, kaum einen Austausch. Und das bedeutet natürlich, dass die Zukunft für die Türkei auch nicht sehr rosig aussieht, wenn Konflikte ausbrechen sollten. Und wenn die Wirtschaft in der Türkei weiter in Richtung abwärts, nach unten sich bewegen sollte, dann wird es auch für die Regierung schwer, ihre sozialen und wirtschaftlichen Wohltaten zu verteilen. Also die Zukunft der Türkei ist nicht rosig. Und dies alles zu erkennen, aus dem Berliner Exil heraus und zu wissen, dass man nicht mehr hat, als die Möglichkeit, von außen zu registrieren und zur Kenntnis zu nehmen, was dort geschieht, um dann über eigene journalistische Tätigkeit in die Türkei hineinzuwirken, mit einem eigenen Nachrichten- und Medienportal, das von der türkischen Regierung blockiert wird, das ist sicherlich eine enorme Sisyphus-Arbeit. Und das erfordert sehr viel menschliche Größe und sehr viel Durchhaltevermögen, an einer solchen Situation nicht zu verzweifeln. Denn machen wir uns keine Illusionen. Die Whistleblower unter uns, denken wir auch an diejenigen, wie Edward Snowden, der jetzt in Russland im Exil sitzt, wir wärmen gerne unsere Herzen an den großartigen Leistungen und Taten solcher Menschen, Männer wie Frauen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir möchten natürlich nicht unbedingt mit ihnen tauschen, denn es ist schon bitter, wenn man aus seiner Heimat, hinauskatapultiert wird, wenn man gemobbt wird, wenn man auf das Übelste, auf das Infarmste angegangen wird und im Grunde genommen nichts dem, den Lügen der Macht und der Skrupelosigkeit der Macht entgegenzusetzen hat, als die eigene Integrität. Und für diesen Hintergrund kann man Can Dündar nur wünschen und hoffen, dass er diesen und viele andere Preise, die er völlig zu Recht in Deutschland und in Anderswoge bekommen hat, verstehen wird, als eine Aufforderung, sein Lebenswerk fortzusetzen, weiterhin eine hervorragende journalistische Arbeit zu leisten, die unbestechlich ist und die getragen ist von dem Gedanken, in der Türkei bessere Verhältnisse zu schaffen, aber darüber hinaus auch dafür Sorge zu tragen, dass die Wahrnehmung der Türkei und des Islam bei uns in Deutschland eine differenzierte ist und nicht eine pauschalisierende. Also es sind hier sehr viele Stränge, an denen Can Dündar zieht und das tut er mit sehr viel Engagement. Dafür danken wir ihm und ziehen den Hut vor seinem Mut und seinem Lebenswerk. Vielen Dank. Applaus Applaus Danke schön. First of all, please excuse me for not being able to speak in German. Unfortunately, my German is so poor yet, so I'm going to learn it, but for the moment I have to talk in English, so sorry about this. And secondly, I would like to thank the jury members for awarding me together with respectable other award winners, and it's a great, great pleasure and honor for me. And I accept this award as a message of encouragement, as a message of solidarity, not only for me but for my friends in jail or in papers, still struggling, suffering but struggling. And it's a kind of encouraging message for us, but it's a kind of punishment for Erdogan. I know that. So thank you very much for this award and the punishment. And I would like to congratulate other award winners for their very courageous work. And Mr. Luzers, thank you very much for your speech. And I would like to thank the other board members of Yalana and VDW, and it's really a special day for me. So, of course, I would like to talk about the future, but first of all, I just want to talk about the new story we made. And because you are awarding a terrorist, thank you very much for this, by the way. So, I will never forget the day we made the news, which led me to be honored with this award. When we were preparing the page together with my colleagues in the editorial room, none of us has hesitated for a second. Because we have found out that the intelligent organization of the state had committed a crime, an international crime. So, they were illegally, illegally, and secretly shipping trucks full with guns to Syria under the cover of humanitarian aid. On the other side of the border were Islamist jihadists, and no reason was good enough to legitimize this international crime. We believe people had the right to know if the state was committing a crime. Because this is how we were trained as journalists. We were journalists who were responsible against people, not bureaucrats at state service. Our legal department was not sure what the result will be, because Turkey was not a state of law since a long time. Turkey is the biggest journalist jail in the world, where TV channels are raided by the police during the day. The journalists are fired upon and ordered or jailed without any reason. So, judges and prosecutors were also under pressure. That's why it was not clear what would happen to us next. So, we published the news without any hesitation. Next day, the whole world was witnessed how a president could threaten a journalist. He said, the person who made this story will pay a heavy price. He cannot just walk away with it. And we've been paying the price he's talking about. I know that this award is the best answer to this threat of Erdoğan. So, my newspaper, I just want to talk about a bit about my paper, Cumhuriyet. It is the oldest newspaper in Turkey. It is 93 years old and it's always critical, daring, brave and independent. It has a worthy reputation honoring this age, its age, and it's been bombed, closed, censored, raided, threatened, judged many times. Most importantly, it has lost six of its writers at political assassinations in the last 40 years. So, every day, we walk to our newspaper passing by the photos of our writers who were murdered. We stand in silence in front of them and carry this tradition of struggle. The moment we enter inside the room, the door, we become aware of the responsibility and the risks we undertake. We know what we might need to face when we reach research certain topics. However, we also know it's our duty to our history, our readers and our conscience to touch on these untouchable issues. It is because of this conscience that our chief editor, the CEO of our foundation, our best correspondent, our accountant are in prison today. And together with me, 19 of our employees are put on trial at the moment. Our one and only crime is to write and defend the truth. I have 37 years of experience in this profession. I even worked under the military government. I have never experienced such a heavy pressure time, but I have also never felt such a big solidarity. So, one of the most precious signs of this solidarity is this award. Dear guests, when I heard that I was honored with this award, I thought of our lost heroes, who are looking at us from the photos we walk by every day at our newspaper. The road which led me to this award is the road paved by these heroes and all other thinkers and writers who paid heavy prices to secure the freedom of speech to the history of civilization. As a journalist who by chance survived a silencer gun that was shot to these heroes, I promised in the presence of you that I will be loyal to the honor of this road and memory of them. I will never compromise from our struggle to present the truth to people. I will defend the honor of pen, news and writing to forever. And I accept this award on behalf of all my colleagues who are still fighting for the truth in prison or at newspapers under heavy pressure. Thank you very much. Thank you very much.